Ah, siehste? Ich muss nämlich auch einen Knopf drücken. Willst du auch? Brauchst du nicht. Ich mach das schon. Kommst du? Wie dürfte... Oh, ne, ne? Alter, komm. Komm, ich... Bevor ich mich auflöse, komm. Komm, 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 komm. Und... Und hier auch nochmal. Dann. Nochmal. Und nochmal, komm. Was ist hier los? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Alter. Ähm. Komm, ich nehme dich lieber an die Hand und mit. Alter. So, wir brauchen zwei... Zwei... Ähm, Schlüssel quasi. Und hier brauchen wir auch noch einen Schlüssel. Ähm, solche Strom... Dings... Schlüssel, sag ich jetzt mal. Ich weiß es grad nicht. Ähm. Oh, ich hab so ein bisschen Angst, dass das hier irgendwie... Okay, wir brauchen drei. Wir brauchen drei. Ähm... Bisschen Furcht doch, dass diese Dinger hier irgendwie mal aufstehen. Und das können wir noch nicht drücken, oder? Nee, da hilfst du mir nämlich auch noch nicht. Komm mit. Unten war noch ein Weg. Dann gehen wir erst mal hier gucken. Nicht so schnell. Wir gehen erst mal geradeaus. Pssst. Alter, war Teddy... Ein Teddybär mit einem Schlüssel im... Alter, was... Was ist... Ähm... Ist ausgeschaltet, oder? Ja. Können wir das noch anmachen? Ist das so gesund? Ähm... Beste Röntgenfreunde. Errungenschaft freigeschaltet. Äh... Beste Röntgenfreunde. Ist das so gesund für so ein kleines Mädchen, so ein kleiner Junge? Ah, wir wissen schon, dass... In diesem Teddy... In diesem Teddy... Also, ich vermute mal, dieser Teddy... Ähm... Der Schlüssel drin ist. Vermute ich mal, wenn ich nämlich jetzt... Hier... Äh... Ich denke mal, wenn ich jetzt nämlich den Teddy hier hinsetze... Oder hinstelle... Weil da oben haben wir ein Bild... So... Und jetzt mal aktiviere ich den... Da ist auch was drin? Schmeiß mal weg. Ja, wieso... Soll ich dir helfen beim Wegwerfen, oder was? Hier. Hier ist ein... Okay, das ist für... Für Klammeräffchen. Okay, vielleicht... In diesem. Warum hat der denn... Warum hat die denn jetzt... Die ganze Zeit so ein Ding da? So. Ne, also... Den kann ich mal wegschmeißen hier. Und der ist auch... Alter, wie gruselig. Da oben ist nämlich eine Röntgenaufnahme von einem... Schlüssel im Teddy. So, das heißt, hier ist nur noch ein Teddy. Da muss hier der Schlüssel drin sein. Komm mit. Ich gucke auch gerade, ob ich hier irgendwo eine Mütze finde. Müssen wir gleich mal eben schauen. So. Außerdem höre ich das doch schon. Warte, beim Hinsetzen. Hört mal hin. Gerade eben hat er das... Was willst du denn damit... Mir zeigen? Gib mal her, den Scheiß. Was du da hast. Okay, ähm... Hier ist der Schlüssel drin. Wie kriegen wir den da raus? Wie kriegen wir da den Schlüssel raus? Haben wir hier irgendwo ein Messer, oder? Ähm... Okay, warte. Hier ist ein Ball. Ist auch nix, auch nix, auch nix. Da ist auch nix. Okay. Ah, hier, 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 hier. Ich hab einen Bärenhut. Können wir mal gleich gucken. Äh, hier. Hey. Hey. Ich bin Teddy. Ich bin Teddy. Aber nein, wir... Äh, ziehen den wieder an. Ähm, hinten ist es auch... Guck mal. Äh... Ich sehe... Da sind Menschen irgendwie, die... Heben die Hände. Ein Auge, was sie sieht. Und irgendwie... Ob die alle hypnotisiert werden? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist da dann nur noch Wäsche. Alles andere ist weg. Es bleibt nur noch die Wäsche übrig. So, und jetzt müssen wir mal eben gucken, was... Trägst du das denn jetzt die ganze Zeit mit dir? Hier ist ein Schlüssel. Da, siehst du ihn? Ja, dann nicht. Dann nicht. Äh, lass uns weiter. Ich hab hier den Teddy. Ähm, wie? Aber, warte mal. Ist hier vielleicht irgendwas... Messriges? Nein. Hier ist der Schlüssel drinne. Okay, warte mal. Was, wenn ich mit diesem Teddy hier... Ähm. 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 Ich lass den mal eben hier drinnen. Was nimmst du den denn jetzt die ganze Zeit mit? Wir sind hier im Leichenkeller. Lass das Ding fallen. Alter. Äh. Okay. Ich muss den Teddy da reinschmeißen. Wenn ich kein Feuer finde, muss ich den Teddy verbrennen. Und ich hoffe, sie macht ihren da auch rein. Warum sie den auch immer mitnimmt. Alter, I. Okay. Der Schlüssel. Alter, eklig. Also hier... Ne. Da ist sogar noch eine Hand. Und hier sind auch kleine... Ach, das sind unsere Fußspuren. Ach, guck mal. Wie geil. Wir hinterlassen Fußspuren. Ähm. Ich möchte aber schnell hier wieder raus. Das ist... Komm. Halt dich fest. Alter. Okay, wir haben einen Schlüssel für oben. Komm. Wir rennen hier ein bisschen hoch. Ähm. Und dann werden wir hier den Schlüssel aktivieren. Und dann bin ich gespannt, was wir hier finden. Komm mit. Huch, du ahnst es nicht. Ähm. Wir müssen leise sein. Wir... Wir wissen nicht. Alter. Da ist auch wieder... ...ne Seele. Okay, hier. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht blenden. Bleib schön hinter mir. Ähm. Wir gucken jetzt mal auf der anderen Seite. Warte mal, bevor... Warte mal. Warte mal. Komm mal. Komm mal mit. Komm mal mit, Six. Guck mal hier. Siehst du das hier? Da kann man doch... Das kann man doch... Ich kann hier aber nichts nehmen. Ach, vielleicht ist das die andere Seite. Okay, komm mit. Komm. Helf mir. Helf mir hoch. Vielleicht finde ich da ja was, was wir... ...benutzen können. Alter. Alter, was geht hier bitte? Was geht hier bitte? Alter. 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 Da muss ich hoch. Okay, warte. Ja, hallo. Wie fies ist das bitte? Los! Nein! Och Mann! Oh, ist das eklig. Oh, ist das eklig. Okay, jetzt schaffen wir das. So. So. Oh, die kommt. Alter. Alter. Alter, die kommt hier gleich. Die kommt hier gleich. Moin! Alter. Ja, da muss ich hin. Okay. So, warte. So, warte. Oh, scheiße. Ich wollte mit dem Hammer drauf. Okay, wir versuchen es mit dem Hammer. Moin! Nein, 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 nein! Scheiße, 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 scheiße. Das ist manchmal dann... Die braucht über Ewigkeiten, bis er den Hammer aufnimmt. Okay, jetzt aber. Das heißt, er springt nochmal zurück. Er kommt von hier. Springt zurück. zurück. Okay. So. Springt nochmal zurück. Jetzt. Jetzt. Okay. Ist erledigt? Anscheinend ist es erledigt. Okay. Ich renne trotzdem. Ah, siehste. Hier. Deswegen auch den Hammer. Von der anderen Seite, was ich sagte. Alter. Alter. Was? Was? Wie kommt man auf sowas? Was für Ideen. So. Äh. Eben kaputt machen hier alles. Ja. Los, los. Äh. So. Den nehmen wir jetzt mit. Ist alles gut bei dir? Ähm. Was hast du da gemacht? Das war merkwürdig. So. Eine haben wir. Aber diese eine brauchen wir nämlich für die andere Seite erst. Komm mit. Komm mit. So. So. Hier ist Six. Hier muss nämlich erst die eine rein. Okay. Dann gucken wir mal. Was uns hier erwartet. Warte mal. Was ist das? Was ist das hier hinten? Okay. 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 Lecker, lecker. Mais. So. Wir schauen erst mal hier. Komm mal mit. Okay. Ähm. Ähm. Okay. Kann man. Wir können hier irgendwie rein. So. Komm mal mit. Okay. Ähm. Six. Kannst du das machen? Nicht? Nein? Okay. Was ist, wenn ich jetzt hier hinten. Was ist hier? Wie kannst du mir da mal helfen? Okay. Geil. Dann guck ich mal. Bleib du da, ja? Ah. Das bewegt sich bestimmt. Das bewegt sich. Sowas von. Alter. Moin. Ich wusste, ich hasse, ich hasse Solche Puppen Die bewegen sich auch Lasst mich in Ruhe Alter Oh Gott Alter, was ist, wenn ich jetzt einfach durchlaufe? Ohne Taschenlampe Einfach durchrennen Einfach durchrennen Einfach durchrennen Moin Okay, ich muss das doch anscheinend mit der Taschenlampe Ne? Okay, das heißt, wenn ich die anleuchte, bewegen sie sich, glaube ich, nicht So, hier bewegt sich ja nur da, ne? Das ist so doof mit der Taschenlampe Oh, das ist Okay, bei dem ersten Das ist ein bisschen doof Mit der Steuerung unter dieser Taschenlampe Das ist ja das, was ich mich auch Oder wo ich mich auch im DLC so mega aufgeregt habe Ähm, deswegen hier renne ich jetzt einfach mal durch So Das ist schwer Das ist schon wieder Das ist schon wieder Das ist schon wieder was für mich Da kann ich mich schon wieder ausflippen Da kann ich schon wieder ausflippen So Los! Los! Da oben muss ich doch hin, oder nicht? Alter, ist das gruselig Ich höre schon wieder was Ich habe wieder was gehört Alter, ii Was für Hier wurde geschossen Hier wurde geschissen Bis nach Meppen, ey So, ich muss hier bestimmt rein Okay, kann ich nicht Okay Ganz Ach, scheiße, scheiße Scheiße Dann rennen wir Äh Ich weiß nicht, ob wir da durchrennen können Wieso rennt der denn nicht? Wieso rennt der denn nicht? Der ist nicht gerannt Warte mal, was ist Kann ich hier vielleicht so durch? Ohne Taschlampe Ja Kann ich Perfekt Geil Alter Ähm, dazu sage ich nur Kronk Möchte Hiervon auch noch ein Let's Play machen Ähm Ich werde mir das bei Ihnen angucken Ich werde mir das bei Ihnen angucken Er sagt immer Er hasst Puppen Im Spiel Ich werde mir das angucken Kronk Ich Oh Kronk, ich sage dir jetzt schon mal Viel Spaß Oh Gott So Äh Vorsicht Hier lang Hier lang Hier lang So, rennen, 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 rennen Ich muss die Taschenlampe Ich muss die Taschenlampe machen Sonst komme ich da gar nicht dran vorbei Weil ich kann ohne Taschenlampe Guck mal Ne So renne ich ohne Ohne Taschenlampe Und so renne ich mit der Taschenlampe Ich bin viel schneller ohne Taschenlampe Scheiße Oh Das gibt es nicht Das gibt es nicht Das gibt es nicht Wow Das ist Wow Einmal schaffen wir es noch Einmal scha- Einmal noch Und los Wie lang Also wie lang Hier lang Das gibt es noch Jetzt Licht an. So, nicht auf der Seife ausrutschen, würde ich da mal sagen.